Zugeschaltet aus Wien ist uns nun unser Korrespondent Nikolaus Neumeyer. Nikolaus, Sloweniens Regierungschef Golob spricht von den größten Schäden durch eine Naturkatastrophe seit mehr als drei Jahrzehnten. Was wissen Sie über die aktuelle Lage im Land? Also wir haben es ja gerade gehört, in Slowenien entspannt sich die Lage noch nicht. Anders als vielleicht ein bisschen in Österreich. Da gab es eine neue Regenfront. Das bedeutet vor allem, die Gefahr von Hangrutschen steigt weiter. Es gibt eine sehr kritische Stelle an der Mur, das ist im Osten des Landes. Da ist ein Damm gebrochen und den versucht man jetzt, also den Restdamm versucht man jetzt mit Sandsäcken zu stabilisieren. Dort sind zum Beispiel auch schon Hubschrauber von NATO-Staaten aus dem Ausland im Einsatz. Denn Slowenien hat nur zwei Millionen Einwohner. Das heißt auch die Armee ist dort sehr klein und die Ressourcen sind auch überschaubar. Also dort versucht man zu retten, was vielleicht wirklich zu retten ist, dass eben dieser Damm nicht weiter bricht und das er halten kann. Aber man muss davon ausgehen, es wird sehr schwierig werden. Die Dämme, aber auch die ganzen Hänge sind durch diesen tagelangen Regen, durch Nest aufgeweicht. Ob das hält, weiß niemand wirklich. Müssen denn auch konkret noch Menschen evakuiert werden aus diesen gefährdeten Gebieten? Mit Stand jetzt im Moment noch nicht, aber das kann sich sehr schnell ändern. Ein Beispiel ist eine Campinggruppe aus Österreich, die wurde gerettet von einem See. Sie ist inzwischen wieder zu Hause in Österreich und da ist das Wasser innerhalb von Minuten angestiegen. Die mussten von einer Insel gerettet werden, was alles gelungen ist. Aber das kann sehr schnell passieren, sodass man hier wirklich einfach vorsichtig sein muss. Es kann niemand jetzt schon Entwarnung geben. Sie haben Ihr Land, in dem Sie sind, Österreich, natürlich auch schon angesprochen. Denn auch bei Ihnen in Österreich sind Regionen betroffen. Hier sind auch die Pegel der Flüsse etwas gesunken. Wie ist die Situation heute dort? Wird da auch noch mit weiteren Regenfällen gerechnet oder entspannt sich die Lage? Von Entspannung, glaube ich, kann man noch nicht reden. Die Pegel tatsächlich steigen nicht mehr. Hier gehen die Behörden davon aus, dass die Höchstmarke erreicht ist. Aber das Wasser geht sehr langsam zurück. Und es ist eine ähnliche Situation wie in Slowenien, dass einfach Hänge, dass Dämme durchnässt sind. Wir sehen Bilder aus Kärnten, aus der Steiermark von gigantischen Hangrutschen. Ein sehr spektakuläres Bild, was aber auch bedeutet, dass die Menschen hoffen, dass es eben nicht zum Schlimmsten kommt. Es ist ein Haus, das zu einem Drittel in der Luft steht, weil der Hang darunter weggerutscht ist. Experten hoffen, dass man diesen Hang stabilisieren könnte, vielleicht mit Spritzbeton auch wieder auffühlen könnte. Aber man weiß überhaupt nicht, ob das letztlich möglich ist. Also das Haus kann nicht betreten werden. Das ist so ein Sinnbild auch für die Kraft, die hier auch durch diese Unwetter auch entstanden ist und letztlich alles ins Rutschen gebracht hat. Wir hören auch von Kroatien, dass sich das Land ebenfalls auf Überflutungen einstellt. Was wissen Sie über die Lage dort zurzeit? Ja, Kroatien bereitet sich auf Überflutungen vor. Aber bislang sind diese ausgeblieben. Es mussten auch noch keine Menschen evakuiert werden. Die Pegel steigen, aber es könnte vielleicht sein, dass in Kroatien alles noch handelbar ist, dass hier es zu keinen größeren Überflutungen kommt. Man muss sich darauf einstellen, denn die Flüsse fließen ja auch weiter dann durch Kroatien und transportieren dieses Wasser auch mit. Und alles hängt davon ab, wie die Wetterlage ist. Wie gesagt, in Rumänien, nicht in Rumänien, in Slowenien gab es schon eine neue Regenfront. Wenn hier wieder massiver Niederschlag kommt, dann wird das auch sicher auch für Kroatien noch einmal kritisch sein. Im Moment ist die Lage dort eher überschaubar und entspannt. Sie werden das weiter für uns beobachten. Nikolaus Neumeyer, vielen Dank für die Einordnungen. Danke nach Wien. Kroatien